so leute herzlich willkommen zu einem neuen video dieses mal wird zum giveaway in rocket league sein wie bis jetzt noch nicht wirklich auf meinem kanal es werden fünf gewinner fünf items werden erste platz ist black market labyrinth wie hier zu sehen ganz normal zweite platz ist der break of type s dritte die r51 reifen vierte ist der trinity boost hier einblenden hier dabei schon diesen boost gibt es dann und fünfte platz ist der topper teufelszörner in rot was ihr davon machen müsst ist eigentlich nur meinen youtube kanal abonnieren das video liken ihr könnt es mit euren freunden teilen das video ist kein muss habt natürlich eure chance dass ihr oder eure freunde die items gewinnt ende des giveaways ist wenn die 2200 abonnenten da sind dann wird alles aufgelöst der gewinner wird rausgelöst aus den kommentaren mit einem comment picker was ich auch gerne wissen möchte ist eigentlich welches item würdet ihr dann gerne eigentlich haben schreibt es in die kommentare dann seid ihr mit dabei dankeschön so zehn mal wir sehen uns beim nächsten Mal wir stehen Bis zum nächsten Mal.